Sieben tiefe, bewusste Atemzüge. Sieben bewusste, tiefe Atemzüge tief in deinen Bauch ein. Langsam und aus. Spüre deinem Atem hinterher. Fokussiere dich nach innen. Spüre deinem Atem hinterher. Atme langsam und tief in deinem Tempo. Du kannst die Augen schließen. Und während du weiter atmest, tief und langsam, schau bitte mit deinen Augen, mit geschlossenen Augen nach oben, so weit wie du nach oben schauen kannst. Drehe die Pupillen nach oben, als ob du auf deiner Stirn etwas erkennen möchtest. Und halte, ich weiß, es kann anstrengend sein, halte, halte ganz nach oben und entspanne die Augen. Und die Stirn entspannt sich, wird angenehm weit. Die Kopfhaut bis oben, hinten, bis in den Nacken. Der Bereich links und rechts um deine Augen herum entspannt, vollkommen glatt. Die Stirn wird angenehm weit. Nase, Mund, Kinn, Kieferzunge vollkommen entspannt. Und jetzt wandert die Entspannung weiter über den Nacken in die Oberarme, Ellenbogen, Unterarme bis in die Fingerspitzen. Und es fängt leicht an zu kribbeln in den Fingerspitzen. Alles wird leicht und weich und frei. Und die Entspannung weit breitet sich weiter aus über den oberen Rücken, Brust, Bauch, Untererrücken. Über die Hüften in die Oberschenkel, Knie, Waden, Schienbeine, Füße bis in die Zehenspitzen vollkommen entspannt. Dein Körper ist vollkommen entspannt und die Gedanken des Alltages verfliegen und der Geist wird weit und frei, Gedanken frei. Und du entspannst dich tiefer und tiefer. Dein gesamter Körper ist vollkommen entspannt. Visualisiere jetzt die Zahl 3. Stell dir die Zahl 3 dreimal vor. 3. 3. 3. Und spüre, wie sich dabei dein Körper tiefer entspannt als zuvor. Und jetzt entspanne deinen Verstand, entspanne deinen Geist, fühle, wie dein Geist angenehm weit wird. Wie er sich lehrt, wie alles ganz leicht und weit wird. Und visualisiere die Zahl 2. Stell dir die Zahl 2 dreimal vor. 2. 2. Und spüre dabei, wie dein Verstand leer wird, frei wird, sich angenehm weitet, ganz ruhig wird. Wie es friedvoll wird in deinem Inneren, wie dein Körper entspannt ist, wie dein Geist entspannt ist. Wie du innerlich friedvoll wirst, ganz ruhig, tiefer entspannt als zuvor. Und jetzt stelle dir die Zahl 1 vor. 1. Stelle dir die Zahl 1 vor. 1. 1. Und spüre, wie du dabei noch tiefer sinkst in den wunderbaren Zustand der Entspannung. Und lass uns jetzt noch tiefer gehen. Lass uns 10 Stufen heraufsteigen. Und wenn du ganz oben auf einem Plateau angekommen bist, dann wirst du dort drei Türen vorfinden. Es sind genau 10 Stufen. Ich zähle jetzt von 1, von 10 bis 1. Und bei 1 bist du oben angekommen. Du stehst auf dem Plateau, bist vollkommen entspannt, noch tiefer als zuvor. Du fühlst dich wunderbar frei und leicht. 10. 9. 8. Mit jeder Zahl eine Stufe nach oben. 7. Mit jeder Stufe entspannst du dich tiefer und tiefer, fühlst dich besser und besser und alles wird leichter und freier. 6. 5. Tiefer und tiefer. 4. 3. 2. 1. 1. Du stehst jetzt oben auf einem kleinen Plateau. Du bist vollkommen entspannt, tiefer als zuvor. Du fühlst dich wunderbar und du siehst drei Türen vor dir. Eine Tür links, eine in der Mitte, eine rechts. Uns interessiert heute nur die Tür in der Mitte. Das ist dein ideales Leben in drei bis fünf Jahren. Die Tür in der Mitte ist dein ideales Leben in fünf Jahren. Und du gehst auf die Tür zu, du öffnest die Tür, du trittst ein. Und schau, was du siehst. Schau, was da zu dir kommt. Es ist deine Zukunft in drei bis fünf Jahren. Das Ideal deiner Zukunft in drei bis fünf Jahren. Trete ein in deine Zukunft und schau dir deine Zukunft an durch Lebe, durch Fühle. Du lebst jetzt in dieser Zukunft. Alles ist, wie du es dir vorgestellt hast, in drei bis fünf Jahren. Schau dich um. Schau dich jetzt für eine Minute alleine um in deiner Zukunft. Wie sieht deine Zukunft aus? Wie fühlt sie sich an? Wo lebst du? Mit wem lebst du? Was hast du? Schau dir deine Zukunft an. Jetzt. Du hast eine Minute Zeit. Ich werde auf dich warten. Schau dir deine Zukunft an. Bewege dich in deiner Zukunft. Wie fühlt es sich an, so zu leben, so zu sein? Mit diesem Umfeld, mit diesem Umfeld, mit diesen Menschen, an diesem besonderen Ort. Mit all den Dingen, die du hast, mit all den Dingen, die du hast, besitzt, verkörperst. Wie ist dein Leben? Wie fühlt es sich an? Und jetzt gehe durch dein Leben oder setz dich hin, so wie du es magst. Lass alles auf dich wirken. Es ist Realität. Es ist die Realität von vor drei Jahren. Es ist die Realität, die du dir vor drei Jahren noch vorgestellt hast, gewünscht hast. Jetzt ist es Realität. Du lebst in dieser Realität. Dein Leben hat sich wunderbar entwickelt. Und das, was ist, das, was jetzt ist, hat deine Erwartungen bei Weitem übertroffen. Und vielleicht, während du auf die Realität deines Lebens schaust, bist du ein wenig dankbar dafür, dass sich dein Leben so wunderbar entwickelt hat. Danke, danke, Gott, danke, Universum, danke, Schöpfung, danke, dass sich mein Leben so wunderbar entwickelt hat. Danke, danke, dass alles noch besser gekommen ist, noch wunderbarer als in meinen kühnsten Träumen. Danke, danke, dass sich mein Leben so wunderbar entwickelt hat. Und jetzt schau auf dein Umfeld, schau auf die Menschen und schau einem nach den anderen an und höre, was sie zu sagen haben. Was sagen sie dir? Vielleicht schauen sie dich anerkennt an und du bist ein wenig stolz oder mehr. Was sagen sie zu dir? Stell dich vor einen Menschen nach dem anderen, all die Menschen, die dir wichtig sind und höre, was sie sagen und schau, was sie tun. Jetzt, du hast 30 Sekunden Zeit, ich warte auf dich. Wunderbar, ich warte auf dich. Wunderbar, ich warte auf dich. Ein Mensch nach dem anderen, schau, was er tut oder sie tut, höre, was er oder sie sagt, nimm dir Zeit dafür, einen nach dem anderen. Untertitelung des ZDF, 2020 Was sagen die Menschen? Was tun die Menschen? Such dir noch einen Menschen aus und höre, was er oder sie zu sagen hat und schau dir alles an und genieße es. Was sagen die Menschen? 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 Und vielleicht sagt jemand zu dir, ach, manchmal habe ich gedacht, dass du ein Träumer bist und dann antwortest du, ja, das bin ich. Wenn ich all das, was jetzt ist, nicht vor vielen Jahren schon in der Realität meiner Gedanken geträumt hätte, könnte diese Realität jetzt nicht da sein. Ja, ich bin ein Träumer, schon immer gewesen und das werde ich immer sein. Ich bin ein Träumer, ein Träumer, der die Realität erträumt. Und jetzt geh weiter durch dein Leben. Schau dir an, was du an Wohlstand besitzt. Schau dir die Fülle um dich herum an. Schau dir all das an und vielleicht ist es ein Auto, vielleicht ein Boot, vielleicht deine wunderbare Villa, dein Haus, dein... Ich weiß es nicht. Gehe durch dein Leben und schau dir all die materiellen Dinge an, die du besitzt. Nimm dir dazu eine Minute Zeit. Ich werde auf dich warten. , bis zum nächsten Mal. So fall, bis zum nächsten Mal. Dann wäre es ein Auto, bis zum nächsten Mal. Ich werde auf dich warten. Ich werde auf dich warten. Ich werde auf dich warten. Wenn du inspo, wird es nicht zu. Ich werde auf dich warten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mein Leben hat sich noch besser entwickelt, als ich es mir vorgestellt habe. Mein Leben ist wunderbar. Es war das Leben meiner Träume und jetzt ist es mein Traumleben. Das Leben so, wie ich es mir immer vorgestellt habe und noch wunderbarer. Und jetzt versammle all die Menschen, die dir wichtig sind, um dich herum und spreche zu ihnen allen. Spreche zu ihnen allen. Bedanke dich, dass sie da sind. Sage ihnen, was du für sie empfindest. Schau dir vorher dieses wunderbare Ambiente an. Versammle nun die Menschen, die dir lieb und wichtig sind und sage ihnen etwas, was dir am Herzen liegt. Zeige ihnen deine Wertschätzung. Zeige ihnen deine Liebe. Du hast jetzt eine Minute Zeit, mit all den lieben Menschen zu reden. Ich werde auf dich warten. Du hast jetzt eine Minute Zeit, mit all den lieben Menschen zu reden. Du hast jetzt eine Minute Zeit, mit all den lieben Menschen zu reden. Ich werde auf dich warten, mit all den lieben Menschen zu reden. Ich werde auf dich warten, mit all den lieben Menschen zu reden. ich werde auf dich warten, mit all den lieben Menschen zu reden. Wunderbar, genieße die Situation weiter und sei dankbar für all die lieben Menschen, die du in deinem Leben hast, in dem Idealbild deines Lebens. Sei dankbar für die lieben Menschen und stell dir diese Menschen als Gruppe vor und denke, danke, danke, dass es euch gibt, danke, danke. Finde du deine eigenen Worte, um deine Dankbarkeit und deine Wertschätzung zu zeigen, danke. Und jetzt begebe dich auf den allerschönsten Platz in deinem idealen Leben. Begebe dich auf den allerschönsten Platz. Ich weiß nicht, wo dein wunderbarer Ruhe- oder Friedenplatz ist. Ein Ort der Harmonie, ein Ort der Ruhe, ein Ort des inneren Friedens. Setz dich dorthin oder lass dich dort nieder und sei dankbar für all die materiellen Dinge, die du besitzt, jetzt in diesem Moment. Bedanke dich für eine Sache nach der anderen. Schau auf dein ideales Leben, das Leben, das du jetzt führst, in diesem Moment, das Leben deiner Träume, das ideale Leben. Und sei dankbar für all die materiellen Dinge, die du besitzt. Bedanke dich bei Gott, bei der Schöpfung, beim Universum, wo auch immer du dich bedanken möchtest, für all die wunderbaren Dinge. Du hast eine Minute Zeit. Ich werde auf dich warten. 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 Danke. 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 Danke, dass sich mein Leben so wunderbar entwickelt hat. Danke, dass sich mein Leben in dieser Schnelligkeit noch besser entwickelt hat, als ich mir vorgestellt habe. Danke. 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 Du rufst friedvoll in dir selbst. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Jetzt bist du vollkommen wach, du bist friedvoll. Du rufst in dir selbst und spürst die Energie und die Dankbarkeit in deinem Herzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017